Wenn bei Nava das Licht angeht, ist sie schon auf dem Parkett. Laura Bussmann, die Kapitänin, brennt. Für den Verein und den Sport. Ja, ich spiele eigentlich Handball, seitdem ich sechs, sieben Jahre alt bin, also seit der Grundschule. Und habe eigentlich auch nie aufgehört. Für mich ist Handball auch Freundschaft und Spaß ein Hobby. Ihre Führungskvalitäten sind unbestritten bei Team und Trainerin. Sie hat das Spielverständnis, sie ist natürlich auch eine der ältesten Spielerinnen. Und damit hat einfach auch jeder einen Respekt. Und Laura sagt auch gerne mal einfach Dinge, die nicht passen. Egal, ob es ein Training ist, wenn da auch mal die Disziplin fällt. Aber genauso wie im Spiel ist sie auch diejenige, die die Motivation auf dem Spielwettvereinung vorhanden bringt. Seit neun Jahren ist sie im Verein, seit drei Jahren Kapitänin. Laura Bussmann ist bei Nava einfach immer präsent. Und zwar so lange, bis das Licht ausgeht.